Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit Sandro am Start folgt circa. Drei Monate an haben wir auch schon eine Challenge gemacht. Heute mal wieder eine neue Fußball-Challenge, beziehungsweise Basketball-Challenge, Tischtennis-Challenge. Alles am Start. Auf seinem Kanal haben wir auch noch eine gedreht. Checkt ihr auf jeden Fall ab. Wie geht's? Digga, wir sind drei, ne? Leid, Digga? Yes! Oh, Digga! 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 Nein! Digga! Oh, oh! Digga! Digga! Oh, oh! Nao! Digga! Das ist ein Problem. Das ist ein Problem! Das ist ein Problem. Oh mein Gott. Oh, schütt, Digga! Oh, schütt, Digga! Ja, Mann! Okay Leute, jetzt geht es darum, den Ball mit dem Fuß in den Korb zu kicken. Wer das erste Mal das direkt schafft, hat dann halt gewonnen. So Leute, wenn ich den jetzt nicht treffe, bin ich auch da. Der hat perfekt gepasst, ein bisschen weiter links, der wäre drin gewesen. Das ist gut. Nein. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Nein! Dann steh ich gleich hier hin. Ja, genau. Ja, 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 ja! Nein! Ja! Fuck! Dann steh ich gleich hier hin. Oh, shit! Der war perfekt, Junge! Wer ist der Kick, Junge? Wer ist der Kick, Alter? Oh mein Gott! Ey, Leute, ich will euch mal was verraten. Dieser Typ hat ja schon das vierte oder fünfte Mal gegen mich verkannt. Ich bin raus, Jungs! Haut rein, Alter! Okay, Leute, jetzt gibt's die dritte Challenge. Ich hab zwar schon gewonnen, ich hab mal kurz sagen, aber... Jetzt gibt's auf jeden Fall die letzte. Wir werden jetzt bis drei einfach Tischtennis spielen mit dem Ball, mit den Händen halt. Ich würd sagen, let's do this, man! Ich will das nicht auch noch fallen, Alter! Ich hab's nicht! Ja, ich hab's nicht die letzte, Digga! Ja, 2-0! Ja, Mann, okay! Last Point, Match Point, Digga! Nichts genug! Nichts genug! Nichts genug! Nichts genug! Nichts genug! Okay, Leute! Ich hab keinen Bock mehr, Alter! Oh, Scheiß! Oh, no! Das kann nicht sein, Alter! Das gibt's noch nicht! Wie kann er in allem so gut sein? Ich bin ein Naturteileb, Digga! Jo! Okay, Leute! Das war's jetzt auf jeden Fall mit der Challenge! Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat's gefallen! Ich hab jetzt dreimal gewonnen! Mal, Sandro, was sagst du dazu? Entweder ich bin scheiße, oder ich bin scheiße! Und jetzt geht's auf jeden Fall zur Bestrafung! Ich werd jetzt dreimal mit dem Ball einfach richtig krass auf seinen Rücken klatschen und dann, würde ich sagen, sehen wir uns direkt bei der Bestrafung wieder! Bist du ready? Wenn du meinen Kopf drehst, Alter! 1, 2, 1! Oh, no! 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 Wenn du die zwei noch so farb machst, ne? Oh! Was mach ich jetzt? Das heftig, ne? Sag mal einen, Digga! Sag mal einen nur! Was? Das hat so weh! Ist das wohl? Ein bisschen! Was machst du, Digga? Versuch sie hier zu bleiben! Ja, ja, ich mach! Oh, shit, Digga! Ist das übel? Das tut so hart, Digga, Alter! Ich hab noch nie solche Schmerzen gehabt, Digga! Das ist tausendmal heftiger als alles andere, Alter! Oh, no! Digga, wie du mich gefühlt! Alter! Okay, Leute, das tut mir jetzt so ein bisschen leid, Alter! Ohne Witz! Sandro! Boah, das sieht echt krass aus! Zeit mal deinen Rücken, Diggi! Steh mal auf, Brodi! Dafür will ich! Siebentausendfünfhundert Likes! Siebentausendfünfhundert! Wehe, das schafft ihr nicht, Leute! Ohne Witz! Zeig mal deinen Rücken, Brodi! Zeig mal deinen Rücken! Steh mal auf! Digga! Oh! Oh, fuck, Digga! Sieht man das? Oh mein Gott, Digga! Ist das heftig? Lacken muss ich gleich ins Krankenhaus, Digga! Ohne Witz, Leute! Alter, weißt du, wie rot das ist? Das ist Todesrot! Digga, du hast doch so durchgezogen, du Bastard, Alter! Okay, Leute, damit würde ich sagen, war's das mit dem Video! Die erste Challenge hier, wenn's ein bisschen wärmer wird, auf jeden Fall! Wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da! 7500 Likes für ihn, ohne Witz! Habt ihr seinen Rücken gesehen, Alter! Total Bro, man! Dafür müsst ihr echt den Link in der Beschreibung klicken! Genau, wir haben auch noch eine Challenge bei ihm aufgenommen! Checkt die auf jeden Fall ab, jetzt ganz oben in der Videobeschreibung! Verlinkt lasst einen Daumen nach oben, da ist ganz wichtig für ihn, Alter! Ohne Witz! Und dann würde ich noch sagen, sind wir uns beim nächsten Video wieder! Lasst auf jeden Fall ein Abo da und dann würde ich sagen, haut rein! Bis zum nächsten Video und... Ciao!